Ah, die Tonne war kacke. Warte, erstmal kurz ne Übung. Also ich... Achso, ich muss meinen Namen sagen? Nein, nicht Startups. Startups war falsch, ne? Ah, okay. Hat sich mein ganzes Posen gar nicht gelohnt. Ich hab extra nach Topmodels geguckt. Oder werde. Werde ist aggressiver, ne? Aber werde, dann würde ich es ja nochmal machen. Ich? 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 Ich nehme am Startup Weekend Paderborn teil, weil ich schon gegründet habe und es immer wieder tun würde. Ich nehme am Startup Weekend Paderborn teil, weil ich dort interessante Menschen kennenlerne. Damit ich mit meinen kreativen Impulsen andere inspirieren kann. Damit ich kreative Impulse für mein Startup bekomme. Weil ich eine geniale Geschäftsidee habe, zu der mir nur noch das Team fehlt. Weil wir als Jury auf eure Businessideen gespannt sind. Wir organisieren das Startup Weekend Paderborn, weil wir genau dich dabei haben wollen. Geh auch du deinen Weg am Startup Weekend Paderborn. 54 Hours, no talk, all action. Melde dich an. 5 Bis zum nächsten Mal.